Lösungen von Pepper & Fuchs, so individuell wie Sie. Mein Name ist Guter Kegel, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Pepper & Fuchs AG. Für den Kunden ist es zunächst mal wichtig, dass er die optimale Lösung bekommt. Auch für ihn gilt heute, dass er mit möglichst hoher Effizienz seine Leistungen anbieten muss. Da ist kein Spielraum mehr für Dinge, die keine wirkliche Wertschöpfung darstellen. Wir können aus unseren technologischen Plattformen sehr schnell Produktvarianten ableiten, die eben genau einen perfekten mechanischen, elektronischen und funktionalen Fit zu den Maschinen und Anlagen unserer Kunden haben und damit einen ganz erheblichen Teil zur Lösung der uns gestellten Aufgaben beitragen können. Ein Beispiel liegt schon etwas länger zurück. Wir haben damals für einen großen Kunden aus dem Kfz-Bereich eine Lösung für die Endlagenprüfung von sogenannten Kraftspannern entwickelt. Damals wurde das mit konventionellen induktiven Nährungsschaltern erledigt, mit sehr viel Montage- und Justageaufwand. Wir haben dann eine perfekt integrierte Lösung gemacht, die für den Kunden faktisch keinen Montage- und Justageaufwand mehr bedeutet, trotzdem eine Ableitung aus unserem existierenden Technologieportfolio. Die Reise wird uns von der lösungsoptimierten Komponente hin zu System- und Systemarchitekturen bis hin zu Lösungen auch im juristischen Sinne führen, wo wir also für unsere Kunden ganze Anlagen schlüsselfertig bauen. Das tun wir heute schon mit unserer Tochter VAMT. und die beiden Geschäftsbereiche Prozessautomation und Fabrikautomation werden sich in diese Richtung entwickeln.